Das Heckhack um Mario Götze hat nun doch ein versöhnliches Ende genommen. Sein ehemaliger Verein Borussia Dortmund wird ihm die Perspektive geben, die er beim Rekordmeister vermisst hat. Den Transfer haben die Vorstandschef der beiden Vereine heute bestätigt. Damit ist den langen Spekulationen um den 24-jährigen Weltmeister-Torschützen ein Ende gemacht. Götze selber ist extrem motiviert beim BVB zu spielen und die Herzen der Fans zurückzuerobern. Götze selber ist extrem motiviert beim BVB zu spielen und die Herzen der Fans zurückzuerobern.